So, jetzt hat er sich der Jens noch gemeldet, der wollte gerne noch ein paar Worte sagen. Jens, kommst du kurz? Jens, bitteschön. Eigentlich bin ich eher jemand, der sich schriftlich ausdrückt. Das heißt, ich betreibe eine Webseite, die relativ gut gelesen ist, die K-News. Vielleicht hat jetzt schon mal einer von euch gelesen. Ich hatte eigentlich vorhin den Killes gebeten, nochmal einen kleinen Hinweis zu geben, er hat mich allerdings dann bedrängt, hier selbst ans Mikro zu gehen. Ja, ich will es mal auf den Punkt bringen. Zuerst mal danke an alle, die hier sind. Und schade, dass ihr anderen nicht hier seid. Was das Kernproblem ist, ist, dass immer versucht wird, einen Schuldigen zu finden. Ich denke, dass das den Menschen sehr leicht verleitet, damit zufrieden zu sein. Wenn man weiß, okay, das Unternehmen ist böse, dann kann ich mich wieder in meine Komfortzone zurücklegen. Und der Rest geht seinen Gang. Viele Menschen, die verstehen, dass wir uns mittlerweile politisch weit außerhalb der Rechtsstaatlichkeit bewegen, überrennen ihre Freunde, Bekannten mit all den Informationen, die sie haben, zum Teil fundiert, zum Teil natürlich auch ein bisschen wackelig. Egal, was es ist, ist es einfach zu viel. Ich denke, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man den Menschen klar macht, dass sie betroffen sind. Wir haben vor Snowden, also seit, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren, habe ich von dieser umfangreichen Überwachung geschrieben. Früher hat man uns dann entsprechend als Verschwörungstheoretiker abgeklatscht. Ja, jetzt sind wir Verschwörungspraktiker. Was mich persönlich sehr überrascht hat, es hat keine Änderung herbeigeführt. So, die Leute haben nichts an ihrem Verhalten geändert. Wenn ich über die Straßen gehe, dann sehe ich immer noch Leute, die sich wie eine Fledermaus mit Klick lauten und dem Handy in der Hand über die Straße bewegen. Die Leute verstehen, sie denken, sie gehen in einem unendlichen Datenstrom unter. Die Daten könnten nicht gespeichert werden, das ist Mumpitz. Die meisten Leute, die hier sind, werden das wahrscheinlich wissen. Und ich möchte daran erinnern, dass es irgendwann in den 30er Jahren schon mal was ähnliches gab. Da war es IBM. Und man muss den Leuten klar machen, ihr seid betroffen. Jeder von euch ist betroffen. Es ist nämlich nur ein Parameter. Mal waren es die Juden, dann waren es die Schwulen. Irgendwo in einem anderen Land sind es vielleicht die Hindus oder weiß der Geier was. Noch meinen die Leute, es kann sie alles nicht treffen. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass man versucht, einfach die Menschen an den Punkten abzuholen, wo sie mittlerweile nachvollziehen können, was sich hier abspielt in diesem Land. Also nicht nur in diesem Land, auf dieser Welt. Das ist in Amerika, es ist in Russland, es ist in China, es ist ja nirgends besser. Nur heißen die Dienste, die das so machen, anders. Und ich denke, das ist eine Geschichte, man muss die Leute nicht überrollen, sondern versuchen, sie an der Hand zu nehmen. Ich selbst habe es früher auch falsch gemacht. Ich habe genügend Leute breit gequatscht, der Freundeskreis verringert sich. Weil man will helfen, man will erklären. Aber die Menschen sind sehr schnell damit überfordert. Und darum wollte ich eigentlich nur versuchen, zu erklären, versucht es ein bisschen sanft. Denn hier könnten und sollten und müssten viel, viel, viel mehr Menschen stehen. Weil alle da draußen sind betroffen. Das ist eigentlich alles, was ich hier kurz zum Besten geben wollte. Dankeschön. Danke Jens.